Das ist die 2.1. 2 plus 1 plus 1. Auch von Netto. Poison Kiss. Zwei Fontänen zum Preis von 10 Euro. Mal gucken, was die so drauf kann. Oder was die ab kann. Noch einen. Noch einen? Komm mal raus. Nicht bei den Müllen, sondern ein bisschen daneben. Ich mach die Mahn, Matthias. Warte, Tina. Wir gucken jetzt erstmal den hier. Komm, stellt euch da am Haus hin. Komm, hier, Tina. Komm, raus, Tina. Da wird dir aber der Gegner. Ja, das war schon nicht verkehrt, oder? Ja, guten Morgen, ne? Ich mach dir doch einen an. Aber gut, ne? Das war's jetzt. Ich hab damals geschlafen, weil ich mich so aufhören kann. Ist das Göttisch, ne? Komm, jetzt gucken wir mal, was wir da, Tina.